Channel Moved Ah ja Channel Moved Boah, was war das denn jetzt gerade? Ich glaube, er im Emu kriegt gerade den DDoS rein Ja, Emu hat den DDoS Noll, ich hab mich selber gedDoSed Peace Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Als allererstes meine Entschuldigung, dass gestern kein Video kam, aber gestern ist, sind, besser gesagt, sind meine zwei Brüder wieder zurück aus Portugal gekommen und ich war ein bisschen mit dem und waren auch im Wohnzimmer und dann habe ich halt auch nichts aufgenommen. Eigentlich hätte ich morgens aufnehmen können, aber morgens hatte ich mal wieder kein Internet, deswegen kam gestern am besten gar nichts, als dass es zu spät etwas kam. Aber stattdessen habe ich dann gestern Abend noch, war ich ein bisschen im Teamspeak, weil ich aber dann zu laut war, habe ich mein Mikro nicht benutzt und habe die einfach nur ein bisschen alle verarscht. Das war nicht ein Trolling, ich wollte die einfach nur nerven und ich habe mir einfach den Arsch abgelacht, weil Memo mich die ganze Zeit versucht hat zu diddosten und sich dabei selber diddost hat. Und hiermit noch ein ganz großes Entschuldigung an Let's Juice, an Darkfire Hunter, an Memo und an Tim, der auch noch drin war, den ich dann irgendwann mal reingemovt habe, einfach so zum Spaß. Und nochmal Entschuldigung, dass ich den TS ein bisschen verunschaltet habe. Sorry, dass gestern kein Video kam und viel Spaß beim heutigen Video. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was ist denn los mit dem? Der rastet vollkommen aus, Michi. Du kannst ja was sagen, du Bimbo. Ich hab's dir bloß nie gezeigt, wer man Servergruppen zuuteilt. Wichst du mal einen Potter? Dann geh mal kurz retten hin. Warum? Gib doch jetzt. Für was denn? Ah, was John, hab seine IP. Schau jetzt, wie Michi gelöst wird. Hahahaha. Guck, dann schau seine Finger, schau seine Finger. Wie heißt der denn? Wichst du mal einen Potter? Nein, das ist nicht er. Hä, wer ist jetzt wer? Guck, Michi ist ein Finger steigt die ganze Zeit. Nein, das ist nicht. Mann, ich verstehe nicht, wer ist jetzt wer. Das ist Wichst du mal einen Potter. Okay. Guck, er ist ein Finger, der steigt die ganze Zeit. Siehst du das? Nicht wirklich, 31, wow. Das ist ja so hoch. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Der hat kein Hyping. Hör doch auf, Michi. Ja, warte doch kurz, sag. Noch was vergessen. DDoS, Alter. Michi, hast du heute kein Video hochgeladen? Michi hat sich verändert. Nun abgehoben. Michi ist abgehoben. Ja, ich glaube auch gerade. Er dachte nur so. Fuck. Scheiß auf mein Abo. Ich ärgere mal ein bisschen. Danke für die Hand. Und tschüss. Memo. Ah, ja. Was war das denn jetzt Bart? Ich glaube ja, Memo kriegt gerade den DDoS rein. Warum? Ja, Memo hat den DDoS. Neul, ich habe mich selber gedidoßt. Wirklich zum Thema du DDoS, Michi. Ach, chill. Jetzt kann mal passieren, dass man sich selber DDoS. Alter, hör auf mich zu moving, Michi. Alter, jetzt was macht ihr denn da mit dem Channel? Der von Cyprype jetzt wieder so unordentlich. Alter, jetzt, sonst kommt der noch hier. Oh, Miki, was machst du da? Ja, warum? Ey, jetzt DDoS den jetzt gerade guck. Mach ihn weg, Mann. Oh, dann DDoS ich mich jetzt wieder selber? Ja, ich glaube, du DDoS dich selber, Mann. Ja, oh mein Gott, warte. Ich bin tot. Alter, wie geht das nochmal, warte kurz. Warum? Da kam ein 3er Team, hab ich doch gesagt. Da ist ein 3er Team drin. Ich bin hässlich. Hä? Ich habe mich selber gedidoßt die ganze Zeit. Warum? Alter, ich DDoS mich die ganze Zeit selber, warum? Doch, dein Internet mit Wi-Fi. Kannst du Miki irgendwie kicken oder so? Ja, kann ich. Warte, ich kann einen TS aber DDoS nicht. Warte, das geht easy. Nein, nicht den TS DDoS, Junge. Ich würde es einmal noch probieren. Alter, Miki. Warte, du hast einen Teil gebaut. 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 Du hast mich die ganze Zeit selber. Yo, Alter. Memo. Nicht Memo, sondern Miki, Mann. Was machst du mit dem Zettel, Alter? Du bist so unfähig, ne? Out of your channel. Channel switched. 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 Miki, was machst du hier im TS, Alter? Du machst doch jetzt Kicken. Kick den doch, eigentlich. Oder Banjo. Ey, ich schwöre Miki, ne? Du hast eine Behinderung. Du bist geistig krank im Kopf. Was ist los? Leute, ich habe ein Eisenschwert, zwei Eisen und eine Dia-Achse. Ich hatte theoretisch drei Eisenschwerte. Die Tag Quattro. You were moved. I am an ein WUSTCAL. I am ein W дней am zehn XI habenKED. I am ein WUSTCAL. Ich bin ein WUSTCAL. B, Versuch.